Also, wenn man sicher sein will, ist es das Beste. Man schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Ihhh! Man merkt überhaupt nichts. Der Tod tritt sofort ein. Ich will das schöne Leich sein. Ich nehm Gift. Wenn ich schon bereit bin, heldenhaft zu sterben, soll es wenigstens schmerzlos sein. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod ein. Das ist eine Sache von Sekunden. Vielleicht könnte ich auch ernerben. Ich vielleicht auch. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Danke. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Berlin, den 23.04. Hermann, der 24.04.